Hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zum Video. Ja, wie ihr hier sehen könnt, sind wir hier in Tempel der Jadeschlange und ich habe einen sehr, sehr geilen Tipp für euch. Dieser Trash, den ihr hier seht, der macht natürlich wahnsinnig viel Schaden. Der haut ordentlich rein und es ist sehr, sehr belastend für die Eiler. Besonders in Höhe, wenn jetzt, keine Ahnung, 15, 16 oder sowas läuft, kann das Ganze schon mal in die Hose gehen und dann dazu noch Add-Wochen, Trash-Woche, das macht richtig, richtig viel Schaden. Und wie ihr das Ganze umgehen könnt, ja, Leute, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht das total simpel, ja. So, der Kampf startet, das Add kommt, das Add wird gepullt, beziehungsweise das Elementar. Und ja, gleich kommt der erste Cast und bei dem ersten Cast möchte ich euch schon mal direkt was zeigen. Der sitzt da, alle bekommen Schaden und einen Dot. So wie wir das halt alle kennen. Und jetzt kommt nämlich gleich der zweite Cast und ich stelle mich hier einfach hinter die Mauer. Ihr seht, der zweite Cast kommt, ich heile so ein bisschen Sneaky hinter die Mauer. Zack, alle bekommen Schaden, außer ich. Weil ich hinter der Mauer stehe. Das war es auch schon mit dem Tipp. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ciao, schaut auf meinem Kanal vorbei.